So Leute, ich bin endlich an Hauptzeit 2021 Promopacks gekommen. Ihr wisst ja, ich liebe Promopacks. Normalerweise hole ich die erst nach der Standard Season Rotation, also noch. Nachdem sie rausgegangen sind aus dem FNM und Pre-Release und Turnier-Session und so weiter. Aber dieses Mal konnte ich mich nicht zusammenreißen und habe jetzt schon welche ergattern können. Das freut mich sehr, danke dafür. Und wir haben hier einen Arena-Code. Dann haben wir eine Standard-Karte. Subira-Zonorin-Karawalen für einen 3-Mana, 2-3 Eile. 1-Mana, eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger kann nicht geblockt werden in dieser Runde. Nicht schlecht. 2-Mana tappen, man wirft alle Karten aus seiner Hand ab. Und am Ende des Zuges können Kreatur mit Stärke 2 oder weniger, die du kontrollierst, einem Spieler Kampfschaden zufügen, eine Karte. Okay. Immer wenn eine Kreatur mit Stärke 2 oder weniger mit einer Kampfschaden zufügt, zieht man eine Karte. Ist natürlich sehr, sehr geil in Kombination, wenn man eine Menge Mana hat. Dann haben wir eine hastige Bestandsaufnahme. 2-Mana spontan Tarnzaub zieht eine Karte und zieht dann nochmal eine Karte in Höhe der Karten, die hastige Bestandsaufnahme heißen und im Friedhof liegen. Sehr, sehr geile Karte. Ich bin mal gespannt, ob die Leute darauf kommen, dass das eine richtig gute Karte ist. Und wir haben, wow, ich wusste gar nicht, dass die immer noch drin sind. Überwachsene Grabstätte. Ein Schockland in grün-schwarz kommt getappt, das Spiel ist, man zahlt 2 Leben. Ja, das ging kurz. Wie gesagt, nochmal vielen Dank, dass ich dieses Buch aufmachen durfte und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis deiner Blackseat. Ciao, ciao.